Hallo Kackbratzen! Manchmal waren diese Kopien sogar besser als das Original und dann gab es wieder Spiele, die unglaublich grausam waren. Nicht weil der Horror so unheimlich gut umgesetzt wurde, sondern wegen einer leicht kaputten Spielmechanik und anderen Nettigkeiten, mit denen man den Spielern unvorstellbare Schmerzen zufügen konnte. Wie etwa auch Chaos Break. Nie davon gehört? Vielleicht auch besser so. Solltet ihr auf der anderen Seite dieses Spiel lieben, dann liegt es vermutlich daran, dass ihr unter einem schweren Fall von Stockholm-Syndrom leidet. Chaos Break wurde Anfang 1999 für die PS1 veröffentlicht. Man hatte also nach Resident Evil enorm viel Zeit sich wirklich Gedanken darüber zu machen, damit am Ende nicht ein Spiel so schön wie Brechdurchfall rauskommt. Entwickelt wurde Chaos Break von Taito, ein Studio, das eher für seine Arcade-Shooter wie etwa G. Darius bekannt ist. Und was Shooter betrifft, so waren die Spiele aus dem Hause Taito stets eine absolute Bombe. Und auch die Geschichte von Chaos Break beginnt mit einem Arcade-Shooter. Im Jahr 1998 veröffentlichte Taito mit Chaos Heat gewissermaßen einen Vorgänger des Survival-Horror-Spiels. Wie alle Arcade-Titel aus dem Hause Taito war auch Chaos Heat ein erstklassiges Stück Software. Genauer gesagt war es ein Top-Down-Shooter mit sehr viel Action und wenig Horror, in dem eine Militärreinheit ausgeschickt wurde, um einen Parasitenbefall in einem biologischen Forschungslabor zu bekämpfen. Anstatt aber nun dieses beinahe perfekte Spiel 1 zu 1 für die PS1 zu portieren, hatte man aber die super Idee die Spielmechanik komplett umzukrempeln. Und so stopfte man den Top-Down-Shooter in das Gewand von Resident Evil, klopfte dreimal auf Holz, trank eine Flasche Sake auf X und hoffte, dass alles schon schief gehen wird. Und rein prinzipiell ist die Idee hinter Chaos Break auch gar nicht mal so schlecht. Nur war die Umsetzung eben nicht ganz so schön. Die Story von Chaos Break beginnt zu einem unbestimmten Zeitpunkt nach Chaos Heat. Abermals schickt man die DEF genannte Spezialeinheit aus, um einen weiteren Ausbruch einer Epidemie Einhalt zu gebieten. Der Spieler kann dabei in die Rolle der Taffen und Schnuckligen Mitsuki schlüpfen oder in die Rolle von Rick. Wer jetzt hier an das typische Jill und Chris Setup aus Resident Evil denkt, liegt komplett richtig. Und wer nun meint, oh, zwei Charaktere? Das bedeutet auch zwei verschiedene Spielpfade mit je unterschiedlichen Storypfaden? Leider stimmt das nicht ganz. Etwa 90% der Pfade der beiden Charaktere sind beinahe gleich. Es gibt aber ein großes Merkmal, worin sich die beiden definitiv unterscheiden und weshalb man vorab seine Wahl gut treffen sollte. Die Synchro von Mitsuki ist grottenschlecht, während die Synchro des beinharten Rick eine Ausgeburt der Hölle ist. Beide starten auch mit einem jeweils eigenen Sidekick, aber man sollte lieber keine zu enge Bindungen knöpfen, denn bereits wenige Minuten nach dem Start wird man sich von seinen kleinen Freunden trennen müssen. Mitsuki und Rick haben allerdings unterschiedliche Hauptwaffen, womit wenigstens etwas Variation ins Spiel kommt. Interessanterweise enthält die Arcade-Version einen dritten spielbaren Charakter namens Wut. Dabei handelte es sich um einen Ninja mit Flammenwerfer, den ich sehr gerne auch in der PS1-Version gesehen hätte. Aber leider hat man ihn für das Survival-Horror-Spiel komplett rausgeschnitten und das ist verdammt schade. Während man um sein Überleben kämpfen muss, gilt es in Chaos Break die Survival-Horror-Spiele typischen Rätsel zu lösen, wie etwa auch Schlüsselkots zu finden und auf Computer-Terminals zu greifen, um die Geschichte zusammenzusetzen und das Geheimnis aufzudecken, wobei sich der Hauptteil der Leute der Forschungsanstalt über eine Rattenplage beschweren wird. Die Atmosphäre der Forschungseinrichtung ist aber mal abgesehen von der leicht vermurksten Story sehr gut gelungen. Während man immer tiefer in das Herz der Anlage vordringt, kommt man an unzähligen vor sich hinmodernden Leichen vorbei, die unsanft von den Parasiten bestialisch massakriert wurden. Aufwendige, sorgfältig gestaltete Umgebungen, die die Trostlosigkeit der Büros und Labore sehr deutlich machen und teilweise durch sehr enge Gänge verbunden sind, ziehen euch immer weiter in die erdrückende Dunkelheit hinein und erzeugen tatsächlich eine unfassbare Angst. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke passieren wird, denn schon ein falscher Schritt kann über Leben und Tod entscheiden und die Begrenztheit mancher Gänge machen den Kampf ums Überleben nicht einfacher und bringen euch teilweise um den Verstand. Wenn man das Spiel startet, wird einem sofort auffallen, wie unglaublich fluffig sich die beiden Charaktere steuern lassen. Chaos Break ist nicht dieser schwerfällige Panzer wie Resident Evil. Die Bewegungen von Mitsuki und Rick sind wirklich reaktionsschnell und flüssig und man kann sogar eine Sprungrolle ausführen, was vor allem beim Kampf eine sehr wichtige Rolle spielt. Bei all der wahnsinnig schnellen Action musste man natürlich auch die Kamera komplett überarbeiten. Chaos Break wurde komplett in 3D erstellt und es gibt auch keine festen Kamerawinkel, was das Spiel insgesamt viel dynamischer macht. Allerdings auch nur dann, wenn die Kamera nicht den Geist aufgibt. Wenn man Glück hat, dann folgt sie dem Spieler auf seinen schnellen Schritten, aber hauptsächlich wird die Kamera in die komplett falsche Richtung zeigen, wenn sie sich mal nicht in den engen Gängen verheddert. Man kann mit der R1-Taste die Kamera schnell wieder in die richtige Richtung zeigen lassen, aber der Kameramann hat vermutlich ein Erinnerungsvermögen, das noch kürzer ist als das einer Stubenfliege und wird dann wie auch schon zuvor ihren eigenen Weg gehen. Für ein Actionspiel mag die Kamera funktionieren, aber in Chaos Break kackt sie auf ganzer Linie ab. Vermutlich ist es sogar die beschissenste Kamera, die es je in einem Survival-Horror-Spiel gab. Die größte Bedrohung im Spiel sind also nicht die Feinde, sondern die Kamera. Ihr werdet also sehr oft ins Gras beißen, wenn ihr mal mit voller Wucht mit dem Gesicht voraus gegen eine Wand donnert, während euch irgendwelche Parasiten zu Tode stechen und die Kamera sich einen Scheiß darum kümmert, um euch einen Weg aus dieser brenzligen Situation zu zeigen. Wo Survival-Horror auf der Packung steht, da gibt es auch eine Menge an Monstern, die man erledigen muss. Zumindest ist das die Vermutung. Während der Arcade-Shooter Chaos Heat noch eine Fülle an verschiedenen Monster-Designs hatte und sogar tonnenweise Bosse, gibt es in Chaos Break nur eine Handvoll verschiedener Gegner und auch nur einen einzigen wirklichen Boss-Kampf. Wenn man nicht gerade gegen riesige Würmer kämpft, die irgendwie auch aus dem Land der Raketenwürmer entsprungen sein könnten, vernichtet man haufenweise kleinere Parasiten, Ratten, mutierte Menschen und Tiere und kleinere aber komplett arschige Roboter. Diese wurden eigentlich in die Forschungsanlage gestellt, um mit den Parasiten kurzen Prozess zu machen, aber stattdessen gehen sie auf den Spieler los. Nicht gerade nett. Und hier kommt nun der Kampf ins Spiel. Wie gesagt, hat jeder Charakter eine eigene spezifische Hauptwaffe. Mitsuki hat zwei echt coole Wummen, während Rick eine mächtige Elektrokanone in den Händen hält. Man kann seine Waffen auch mit Zusatzmunition ausstatten, allerdings ist die Munition doch eher begrenzt und man sollte doch eher sparsam mit den richtig wuchtigen Dingern umgehen und sie für Gegner aufheben, mit denen wirklich nicht gut Kirschen essen ist. Aber auch für die begrenzte Munition gibt es eine Lösung. Anstatt seine Gegner mit Blei oder Raketen vollzupumpen, kann man auch direkt in den Nahkampf übergehen. Chaos Break könnte auch irgendwie als Waschächter Prügler durchgehen, denn mit gezielten Tritten in den Arsch lassen sich die meisten kleineren Gegner ganz gut erledigen. Oder man weicht ihnen mit einem Ausweichsprung aus und versucht so der Gefahr zu entkommen. Das Ding ist, dass man in Chaos Break spürt, dass es ganz tief im Arcade-Genre verwurzelt ist, aber die Mechanik eben an der Verfügbarkeit der Munition irgendwie dann doch scheitert. Vom Prinzip her gleicht es Chaos Heat, nur hat man eben die Perspektive gewechselt. Anstatt Top-Down wird man seinen Charakter aus der Third-Person-Perspektive durch das Level begleiten. Das Gameplay mag für einen Shooter ja noch in Ordnung sein, aber da Chaos Break den Anspruch hat ein vollwertiges Survival-Horror-Spiel zu sein, hat man hier auf ganzer Linie versagt. Aber das ist auch ein Problem, das ich mit allen modernen sogenannten Survival-Horror-Spielen habe. Die Basis des Spiels ist ein Shooter, in dem man Unmengen von Munstern wirft. Dann gibt man dem Spieler noch extrem geile Waffen in die Hand, aber im selben Augenblick sagt man ihm, dass man die Waffen eigentlich nicht benutzen kann, da es kaum Munition gibt. Der Survival-Horror kommt also nur deswegen auf, da man begrenzte Munition und Heilmittel hat. Und das ist irgendwie die billigste Art von Horror. Verschärft wird diese Situation dadurch, dass die Gegner im Laufe des Spiels immer stärker werden und immer mehr Kugeln fressen können, was unheimlich viel Frust erzeugt. Es gibt ja nicht mal richtige Jumpscares. Jedes Mal, wenn ein neues Monster eingeführt wird, pausiert das Spiel einen Moment und zeigt in einer kurzen Zwischensequenz den neuen Gegner. Das erinnert jetzt eher an ein Intro dieser 90er-Jahre-Sitcoms, aber nicht an ein Horrorspiel. Man hat nicht wirklich Angst vor seinen Gegner. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Design grundsätzlich schlecht ist, aber es gleicht doch eher einer Parodie eines Horrorspiels. Und wo wir gerade bei Parodie sind. Die Synchro ist wohl die mieseste, die wir je in einem Spiel gehört haben. Ich weiß, dass ich das ungefähr in einem jeden zweiten Video zu einem x-beliebigen Horrorspiel sag, aber Chaos Break schießt hier echt den Vogel ab. Und die Dialoge helfen da nicht wirklich. Da wurden sogar die mundgeklöppelten und feinen Dialoge eines drittklassigen Pornofilms noch besser geschrieben. Was der Atmosphäre auch überhaupt nicht hilft, ist das Fehlen von Musik. Ich will jetzt nicht sagen, dass es überhaupt keinen Sound auf die Ohren gibt, wie etwa in diesem unfassbar guten Beispiel hier. Aber die meiste Zeit lauscht man nur irgendwelchen generischen Klängen und den Fußtritten des Charakters. Ich habe vorhin auch erwähnt, dass das Level-Design mit seinen engen Gängen eine ziemlich packende Spannung erzeugt und ganz generell spürt man auch, dass sich die Entwickler sehr stark vom ersten Dino-Crisis inspirieren ließen. Das klingt eigentlich ganz gut. Allerdings hat man vergessen, den verschiedenen Etagen der Forschungseinrichtung etwas Variation zu verpassen. Im Prinzip sehen alle Gänge und Räume gleich aus, was es unheimlich schwer macht, sich im Level zurechtzufinden. Da es einen Sack voll Backtracking gibt, bedeutet dies auch ziemlich viel Schmerzen. Zum Glück haben dies auch die Entwickler gesehen und dem Spiel eine relativ gute Karte verpasst, was aber nicht nötig gewesen wäre, wenn man sich mehr Mühe für das Level-Design gegeben hätte. Dabei macht das Spiel grafisch gar keine so schlechte Figur und wir befinden uns hier auf der betagten PS1. Natürlich muss man damit rechnen, dass einem das Spiel sehr oft die Texturen nur so um die Ohren haut und dass die Polygone sehr scharfe Kanten haben. Aber rein generell ist die Performance für ein Spiel, das komplett in 3D läuft gar nicht mal so übel. Die Rätsel sind auf der anderen Seite ziemlich gut gelungen und manche sind sogar erstaunlich tief. Natürlich gilt es die typischen Codes zu finden, mit denen man die unzähligen Türen öffnen kann. Aber dann gibt es Rätsel, die es definitiv in sich haben. Der wahrscheinlich coolste Teil des Spiels sind diese besonderen Ereignisse, wie zum Beispiel die Autopsie an einem außerirdischen Parasiten, die überraschend ausführlich ist und sogar eine ziemlich verzwickte Mechanik hat. Allein daraus könnte man ein eigenes Spiel entwickeln, wenn es da nicht schon den fabelhaften Surgeon Simulator gäbe. Dann gibt es ein Rätsel, in dem man einen Parasiten in einem Behälter durch ein komplettes Level tragen muss und natürlich wird man währenddessen von haufenweise Feinden angegriffen. Dann gilt es auch noch einige Medikamente zu mischen und sie auch noch rechtzeitig einem Wissenschaftler zu injizieren und allein schon das Mischen von bestimmten Drogen hat es wirklich in sich, da es von einem absolut frustigen Minispiel begleitet wird, das wohl viele Spieler schon nach 10 Sekunden emotional so sehr verletzte, dass sie erst das Spiel mit einem Rage-Quit beendeten und dann mit voller Wucht den Controller gegen die Wand klatschten. Und dann ist den Entwicklern wohl ihr Kaffee ausgegangen und man muss plötzlich Kreuzwort und Sudoku-Rätsel lösen. Oh! Und hab ich schon erwähnt, dass es im Spiel Türen gibt, die sich erst zu einem bestimmten Zeitpunkt öffnen? In Chaos Break tickt eine Echtzeit-Tour, aber es gibt, mal auf ein paar Situationen abgesehen, kein Zeitlimit, in dem man das Spiel abschließen muss. Rein theopraktisch kann man das Spiel auch in nur 4 Stunden beenden, wenn man genau weiß, wohin man laufen muss, weshalb man sich vielleicht eine Komplettlösung zur Seite legen sollte. Die Türen muss man nicht öffnen, da sie nicht unbedingt story-relevant sind, aber hinter ihnen versteckt sich ein Schatz aus Munition. Möchte man nun in einen dieser Räume gelangen, bleibt eben nichts anderes übrig, als sich in irgendeinem Raum zu verschanzen und warten, bis die Zeit abläuft. Aber selbst wenn... Wer bitte ist schon so verrückt, 7 oder sogar 17 Stunden zu warten, nur für ein bisschen Munition. Die größte Enttäuschung ist aber wohl das Ende des Spiels. Nachdem man zig Parasiten ausgelöscht, absurde Rätsel gelöst und den einzigen Boss im Spiel über den Jordan gepustet hat, erwartet man vielleicht einen fulminanten Abspann. Aber weit gefehlt. Dort, wo man in Resident Evil sich in den Hubschrauber setzt und dann mit einem relativ gut gemachten Film belohnt wird, gibt es in Chaos Break... Nichts. Und dann fragt man sich, warum man für diese Ohrfeige überhaupt ein paar Stunden seines Lebens verschwendet hat. Irgendwie ist Chaos Break ein ganz übler Fiebertraum. Rein technisch gesehen war die Idee jetzt vielleicht nicht so schlecht, aber vielleicht hätte man das Spiel von Grund auf neu entwickeln müssen und nicht einfach einen Top-Down-Shooter hernehmen und den mit Rohrgewalt in ein Survival-Horror-Spiel zu verwandeln. Das kann nicht gut gehen. Und uns dann noch mit Mitsuki und Rick vorgaukeln zu wollen, dass wir es hier ebenfalls mit einem dynamischen Duo zu tun haben, die ebenfalls so galant durch das Spiel führen wie Jill und Chris, ist wohl eine ziemliche Frechheit. Die schlechte Synchro und die Musik, sofern man diesen akustischen Brechdurchfall überhaupt so nennen darf, geben einem noch den Rest. Wobei die eigentliche Freude darin besteht, sich das Spiel gebraucht bei Ebay kaufen zu wollen. Aber es gibt auch Leute, die einen Tritt in die Klöten schön finden. Wenn überhaupt, dann schaut euch mal in Romhausen um und wenn ihr schon mal dort seid, dann holt euch das wesentlich bessere Chaos Heat. Das ist zwar kein Horrorspiel, aber ein verdammt guter Shooter, der weit weniger Schmerzen bereitet und sogar um ein Vielfaches mehr bietet. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.